Herzlich Willkommen. Waren Sie alle lieb, sind Sie alle schön beschenkt worden, denn Sie wissen, heute ist Nikolaus. Und da wollen wir natürlich hier nicht darüber hinweggehen. Wir hier in Köln-Mülheim haben gewerkt, heute ist Nikolaus, denn es stehen vor vielen Haustüren angekettete Schuhe. Die Afghanistan-Konferenz, wo? In Königswinter ist zu Ende gegangen mit grandiosen Erfolgen, vorwiegend auf Dienst unserer deutschen Mitarbeiter. Sie wissen, ein 29-köpfiges Kabinett wurde gebildet und das Ganze hatte zwei, zwei große Ziele. Nämlich das erste große Verhandlungsziel war, eine Übergangsregierung für Afghanistan zu bilden und das zweite Ziel war, Königswinter bekannter zu machen. Kommen wir nun zu einem Thema, das Sie von den Sitzen reißen wird. Nämlich Advent, die Stadezeit, wie wir in Mecklenburg-Vorpommern sagen. Da muss es nicht immer lärmig sein. Ich weiß, dass Sie zu Hause das gar nicht wollen. Um diese Zeit, aus vielen, vielen Einzelgesprächen und Hausbesuchen. Folgendes, Deutschlands Schüler werden immer blöder. Das ist nichts Neues, aber jetzt haben wir es offiziell. Und es liegt auch daran, Lehrermissäre, unsere fantastischen Pädagogen, zum Teil überfordert, zum Teil zu schlecht, zum Teil gar nicht ausgebildet. Und das Image der Lehrer soll, ja, verbessert werden. Viele Lehrer sind durch den Job so überfordert, sie müssen schon mit 35 sagen, tut mir leid, ich muss aufhören, Kreideallergie. Natürlich, natürlich müssen auch unsere Pädagogen ein bisschen auf die Schüler zugehen, oder? Man kann doch von einem Lehrer erwarten, dass er mal eine Unterrichtsstunde in der Spielothek abhält. Helmut Zerlet and Thirsty Night Fever. Heute Abend habe ich eine bezaubernde, wundervolle, junge Künstlerin zu Gast. Guten Abend, Manuel. Guten Abend, Harald. Heute bin ich versöhnlicher, merkst du das? Gestern war ich zu aggressiv. Oh, das war eigentlich ganz sehr okay. Ja, aber es war zu aggressiv, es war zu, 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 zu wütend für diese späte Stunde für Sie zu Hause, aber heute bin ich versöhnlicher. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ja. Ja. Eine zauberhafte junge Künstlerin ist heute Abend bei uns zu Gast hier in dieser Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Advent. Sie stammt aus einer Künstlerfamilie. Der Bruder ist Schauspieler und Rocksänger. Der Vater ist ein großartiger Schauspieler. Die Mutter ist Schauspielerin und sie ist heute Abend bei uns. Sie hat einen Tonträger besungen. Vielleicht einen Anreiz für den Gabentisch. Für die eine oder andere von Ihnen, die noch keine Ideen haben. Die Platte heißt Fragile. Habe ich das richtig ausgesprochen? Oder heißt es Fred Giles? Du bist ja auch nicht... Entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Hallo, die Herren Musiki. Gestern war das zu aggressiv. Ich habe es zu Hause angeguckt, nachdem ich die Manns gesehen habe. Habe ich es auch gesehen? Das ist hervorragend. Super. Fantastisch. Eine Sternstunde für das deutsche Fernsehen. Muss man sagen. Muss man nicht sagen, aber sollte man sagen. Wirklich wahr. Wie gesagt, wo war ich stehen geblieben? Manuel, verzeiht. Wie man das ausspricht, frag sie doch gleich. Die Platte. Fragile, ich glaube schon, denn diese Beckers sind ja sehr, sehr frankophil. Sie sind sehr unseren lieben Freunden jenseits des Rheins, die ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüße. Bonsoir, mes amis, en France. Merci. Sehr verbunden. Ich glaube, die Platte heißt Fragile. Heute Abend bei uns die wunderbare Schauspielerin Meret Becker. Ein wunderbarer, lieber Zuschauer hat mir ein Telefax geschickt. Christoph Schramm aus 76135 Karlsruhe bei der in der Sendung von 5.12. gesuchten Sangeschwuchtel handelt es sich um Mark Almond von Soft Cell und nicht um die fette Schwuchtel Robert Smith von The Cure. Christoph, was sind denn das für garstige Worte? Das sind nicht meine Worte, oder? Nein. Das schreibt uns Christoph. Und er hat Unrecht. Er hat Unrecht? Ja. Inwiefern? Du meintest gestern schon Robert Smith von The Cure. Ich meinte nicht Robert Smith von The Cure. Doch, du meintest Robert Smith von The Cure. Lass uns das doch mal anhand eines Bildes überprüfen, lieber Manuel. Wir haben sogar zwei Bilder aus den Mark Almond war bei uns zu Gast, 96. Da haben wir ihn links und rechts Robert Smith von The Cure. Wen meinst du? Ich meine den Herrn rechts mit dem längeren Haupthaar. Und das ist Robert Smith von The Cure. Aha. Verstehe, dann habe ich ihn verwechselt. Ja. Ja. Aber kann man ihn da als leicht füllig bezeichnen? Ja. Das schon. Ja. Aber wenn ich Mark Almond, was hier Christoph schreibt, ist totaler Quatsch. Wieso totaler Quatsch? Christoph hat sich geirrt. Das muss erlaubt sein. Das ist doch menschlich. Das macht ihn sympathisch. Er, Mark Almond hatte ich beschrieben, weil ich gesagt habe, da waren so Dalmatiner auf dem Plattencover. Und das war richtig. Das war Mark Almond. Das ist Robert Smith von The Cure. Ja, wobei mir auch Mitarbeiter bestätigt haben, dass der bei Ray Cokes war. So muss der das sein, den du da gesehen hast. Ja, er war es. Und er ist ein bisschen fülliger geworden im Gesicht. Ja, das ist ja jetzt schon fünf Jahre her. Da kann man schon mal zulegen. Ja, absolut. Ja. Der viele Pfefferminztee, das viele Naschwerk, das in den Garderoben bereitsteht. Da legt man schnell mal ein paar Pfunde zu. Also das ist wer? Robert Smith. Rechts ist Robert Smith. Von The Cure. Und das ist Mark Almond von? Also jetzt wieder unterwegs mit Soft Cell. Früher damals nicht mit Soft Cell. Nein, bei uns war er Solo, Mark Almond. Aha. Kennst du Soft Cell? Jetzt ist es Soft Cell. Ja. Ja, das war doch wichtig. Ja, war richtig. Vielen Dank, lieber Christoph, dass du uns dieses Fax geschickt hast. Und bitte nächstes Mal nicht mehr so schlimme Worte, von denen ich gar nicht weiß, was sie bedeuten. Danke. Ein wunderbarer Künstler, ein großartiger Menschenfreund, ein Freund der Kinder ist leider schon verstorben, sonst wäre er in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden. Walt Disney. Wie viele zauberhafte Stunden hat er uns beschert? Wie sehr sind uns seine lieben Figuren ans Herz gewachsen? Sei es nun Mickey Mouse oder Minnie Mouse, sei es Daisy Duck, Dagobert Duck oder die Neffen? Pick, Trick und Track. Danke, Manuel. Leider muss sich auch Walt Disney einige schlimme Dinge anhören. Er hört sich zum Glück nicht mehr, denn er ist ja wie gesagt leider, leider verstorben. Aber es gibt zu viele Behauptungen über ihn und wir sind sehr glücklich, Ihnen heute Abend einmal beweisen zu können, Walt Disney, das war ein Freund der Menschen, der Kinder, der uns oft ein Schmunzeln ins Antlitz gezaubert hat. Und hören Sie nicht mehr auf böse Stimmen, die ein anderes Einträgtern wollen. So war Walt Disney wirklich. Walt Disney, Gründer von Disneyland, Disney World und Wiener Walt, wäre in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden. Er allein hat es geschafft, dass sich sein Unternehmen zum Weltkonzern gemausert hat. Doch wie in seinen zahlreichen Märchen tauchen Bösewichte auf, die Walt Disneys guten Ruf zunichte machen wollen. Lüge Nummer 1 Walt Disney soll ein Zwangsneurotiker gewesen sein. Bis zu 30 Mal in einer Stunde soll er damit verbracht haben, sich zwanghaft die Hände zu waschen. Eine Frechheit. In Walt Disneys Arbeiten gibt es absolut gar keinen Beweis für eine derartige Unterstellung. Auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Lüge Nummer 2 Disney soll ein Despot gewesen sein. Ein Tyrann, der seinen Mitarbeiter nicht über den Weg traute und gegen alles und jeden ein Misstrauen hegte. Auch dafür gibt es keinen einzigen Beweis. Kollegen, komm mal her. Los, zackig. Los, alle mal herkommen. So, der Penner hier, der, der soll mir eine Banane malen. Da malt er mir so ein Kackhörnchen. Du bist in Lassen! Lüge Nummer 3 Disney soll ein Kommunistenhasser gewesen sein. Eine Frechheit und absolut schlecht recherchiert. Hier die kommunistische Schneewittchenfassung, die Walt Disney persönlich in Auftrag gab. Die Wahrheit ist die. Disney hat eine ganze Menge getan. 1989 öffnete Disney nach längeren Verhandlungen sein Ossi Disney auch für Besucher und stellte damit der Weltbevölkerung seine neuesten Figuren und Kreationen vor. Alleine an diesem Exemplar arbeiteten die Zeichner über drei Monate. Und Disney hat nicht nur Kinder auf der ganzen Welt begeistert. Im Jahr 2004 sollen auch die Eltern, im Speziellen die Lehrer, auf ihre Kosten kommen. Dann kommt Toskana World. Ein leerer Eldorado in der Nähe von Kassel, wo das Paukerherz alles finden wird, was es begehrt. Ja, Disney ist einfach überall. Selbst die schärfsten Kritiker sind doch irgendwie Kinder geblieben. Danke dafür. Eine schöne Tradition mittlerweile bei uns. Nämlich, wir haben das jetzt vereinfacht. Wir haben jetzt unseren Adventskalender hier aufgehängt. Und heute ist es das Säcklein mit der Nummer 6. Und das bekommt jetzt eine Dame oder ein Herr von uns hier geschenkt. Habe ich das richtig gesagt? Super. Das habe ich richtig gesagt. Wer möchte heute das Geschenk haben aus dem Säcklein Nummer 6 zum Nikolaus? Hui, das sind aber viele Hände. Das ist zu weit oben. Wer? Es melden sich nur Herren. Dabei ist eigentlich eher ein Geschenk für eine junge Dame. Sie, wie heißen Sie? Maike. Woher kommen Sie, Maike? Aus Osnabrück. Aus Osnabrück. Schauen Sie mal, Maike. Ihnen bringt der Nikolaus Bettwäsche. Oh, das ist das Tolle. Von Senta Berger. Die großartige Schauspielerin und Künstlerin Senta Berger hat sich diese Bettwäsche ausgedacht und sie schläft auch selber drin. Nicht so wie bei vielen Prominenten, die Werbung für Dinge machen, die sie selber nie benutzen würden. Nein. Senta Berger hat abends, wenn sie vom Dreh nach Hause kam, gesagt, jetzt entwerfe ich Bettwäsche. Sie heißt, elegante Marco Satin. 100% Baumwolle und sie kostet, wir haben den Preis dran gelassen, hier können Sie sehen, 229 Mark, Maike. Das ist nicht diese Vorteilbettwäsche, oder? Die so zurückknallt, wenn man ein Spannbetttuch drauf macht. Da hätte ich mir echt mal fast die Fingerkuppe abgeschlagen. Die wird ja immer kleiner, diese Billigbettwäsche, bei jedem mal waschen. Einmal mit 120 Grad gewaschen, schon ist das Bett, das Laken so groß, man zieht, schlägt zurück. 229 Mark und Sie können sich schon dran gewöhnen, 117 Euro 9. Da kann man mal sehen, dass das mit dem Doppelten gar nicht stimmt, weil ich würde sagen, 117 Euro mal 2, so rechne ich um, sind 234. Nein, es sind nur 229 Mark. Marco Satin Bettwäsche von Senta Berger. Mund geblasen, selbst entworfen und schauen Sie, wie bequem sie diese Hand da drauf hat und sie hat es selber bemalt. Ein wirklich schönes Blumenmuster. Maike, aus Osnabrück, ist das der Partner? Das ist mein Partner. Ja, das heißt, Sie werden sich zu zweit in diese Wäsche kuscheln. Oder haben Sie eine Allergie? Einmal vorher durchwaschen, Sie wissen ja, damit die Imprägnierung rausgeht. Ist das Ihr Geschmack? Ähm, ja, die Farben, naja, ist okay. Müssen wir beim Ganzen so sehen. Können Sie nicht ein bisschen heucheln? Viel Spaß damit. Auch für Sie beide. Wie heißen Sie? Sind verheiratet? Aber hier kann es das nicht. Kingen die Herrschaften das Säckchen auch? Kingen die Herrschaften das Säckchen auch? Wenn Sie auch haben? Ja. So mit nach Hause nehmen. Ist auch schön, beim nächsten Geburtstag Kasse rum zeigen. Zeig doch mal, was du bei Harald Schmidt bekommen hast. Das ist aber wirklich toll. Sie können das ja auch abmachen und dann irgendwie sich da für Karneval was drausen. Gibt es in Osnabrück Karneval? Aber hallo. Ja? Natürlich. Ganz anders die Stadt als das Image, oder? Ja. Osnabrück. Eine meiner Lieblingsstädte. So. Jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz tollen Sache. Nämlich eine Umfrage. Und zwar folgendes. Man hat doch jetzt festgestellt, unsere Schüler sind dumm. Ja, ist mein Schreibtisch hier. War der gerade auch schon hier? Ja. Ihr verrückt doch die Möbel, während ich da bin. Gebt es doch zu. Gebt es doch zu. Da kommen doch Leute und schieben alle Möbeln rum. Hey, hey, hey. Er hat den Schreibtisch nicht gefunden und so. Und das ist nicht die Schuld der Schüler. Die Schuld der Schüler. Ohne meine langjährige Sprecherziehung könnte ich das gar nicht fehlerlos aussprechen. Die Schuld der Schüler ist es nicht, denn unser Autor, Quizgenie, Tierliebhaber und lieber Freund Markus Passlik hat uns aus seiner Tageszeitung den Westfälischen Nachrichten folgendes geschickt. Und ein Test, eine Testfrage aus dem sogenannten PISA-Test. Das war doch dieser Test, mit dem die Schüler gepisagt werden sollten. Und ist mir gerade eingefallen. Und damit man mal sieht, dass man immer vorschnell urteilt. Ich stelle Ihnen mal eine Frage aus diesem PISA-Test. Ja, und dann können Sie mal sehen, ob Sie das selber wissen. Ich mache mal erstmal Aufgabe 1. In einer australischen Zeitung erschien 1997 folgender Leserbrief. Wussten Sie, dass 1996 die australische Bevölkerung fast genauso viel Geld für Schokolade ausgegeben hat, wie die australische Regierung für internationale Hilfsmaßnahmen? Könnte es sein, dass etwas mit unseren Prioritäten nicht stimmt? Was gedenken Sie dagegen zu tun? Hm. Was möchte der Autor mit seinem Brief beim Leser auslösen? Schuldgefühle, Belustigung, Angst, Zufriedenheit. Tja, das ist natürlich, das finde ich schwierig, weil das ist ja subjektiv unterschiedlich. Ich würde sagen Belustigung. Ach. Ja, ich würde mich totlachen. Welcher Bekloppte schreibt denn hier wegen Schokolade? Aber natürlich ist das nicht, was pädagogisch gewünscht ist, sondern... Nein, Schuldgefühle. 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 Anstatt, dass wir die Schokolade irgendwo abwerfen in gelben Paketen. Ja, essen wir sie selber. Schuldgefühle. Moralisch einwandfrei. Kann man wissen. Kann man wissen. Aufgabe 2 ist schwieriger. Ein Bus... Wollen Sie Aufgabe 2 noch hören? Ja? Oder soll ich nochmal Bettwäsche kommen lassen? Aufgabe 2. Ein Bus fährt eine gerade Straße entlang. Vor dem Busfahrer Rolf, das ist wichtig, dass er Rolf heißt, steht auf dem Armaturenbrett ein Becher mit Wasser. Plötzlich muss Rolf auf die Bremse treten. Was geschieht voraussichtlich mit dem Wasser? Gleich nachdem Rolf auf die Bremse getreten ist. A. Das Wasser bleibt horizontal. B. Es schwappt über die Vorderseite des Bechers. C. Es schwappt über die Rückseite des Bechers. D. Es schwappt über, aber man kann nicht sagen, ob es über die Vorder- oder die Rückseite schwappt. B. Was passiert mit dem Wasser? Vorderseite? R. Rückseite? Vorderseite. Vorderseite? Warum? Erdanziehung. B. Bitte? Erdanziehung. Ich glaube auch. Das ist über die Rückseite geschwappt. Oder war das Unpräzise? Also über die Rückseite von dir aus gesehen. Ich bin der Meinung, das lässt sie nicht eindeutig sagen, oder? Ist das wirklich sicher mit der Vorderseite? Aber es muss einen physikalischen Grund geben. Trägheit der Masse. Das ist es! Die Trägheit der Masse, wenn F größer 1 für Pi kleiner Alpha. Absolut. Das ist die Formel, nach der das berechnet wird. Und jetzt wird geland. Sie können ruhig zu Hause die Hefte rausnehmen und mitschreiben. Wir fangen ganz von vorne an in der griechischen Antike. Unser Thema heute folgendes. Theseus. Und das ist heute pädagogisch mustergültig. Denn heute erkläre ich Ihnen ein Thema, von dem ich selber absolut überhaupt keine Ahnung habe. Aber gar keine Ahnung. Viele werden sagen, na und Schmidt, ist doch jeden Abend so. Nein. Heute ist es besonders schlimm. Aber das ist das Neue. Wie nennt man das? Learning on the job. Learning by doing. Herr Andrag wird mir einige Stützen geben. Sozusagen der permanente Telefon-Joker. Es geht heute um Theseus, von dem ich heute Mittag erfahren habe. Es ist eine der zentralen Figuren der griechischen Antike. Ist das soweit richtig? Absolut. Ja. Wer griechische Antike sagt, der meint natürlich... Athen. Athen im Jahr 1600 vor Christus. folgendes. Das hier ist der König Egeus. 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 Da werden viele sagen, Egeus, das klingt doch wie... Kommen wir später dazu. Aber Sie haben recht. König Egeus war verheiratet mit seiner Frau Höbeldne. Und die Frau war lieb. Sie war 80 und sie konnte keine Kinder bekommen. Hat aber täglich vier Stunden geputzt. Und wenn Sie Kinder... Das haben wir gestern besprochen. Sie erinnern sich. Sie musste sich schon morgens hinlegen nach dem ersten Piccolo. Da ist es ja kein Wunder. Diese Griechen müssen ja ständig Söhne zeugen. Das ist ja so. Sie müssen entweder Wurzeln rausreißen oder Söhne zeugen. Egeus ging ein bisschen raus aus Griechenland. Das haben wir hier übrigens sehr schön. Das ist Attika. War das hier? Ja. Athen, Gemeinde, Attika. Da haben wir kürzlich drüber gesprochen. Gibt es eigentlich noch Leute, die Attika rauchen? Gibt es das noch? Ich glaube nicht. Oder wir haben... Was wird eigentlich geraucht? Attika kaum noch. Wer raucht noch Oberstolz? Oder? Ernte 23. HB. Das wird doch eigentlich kaum noch geraucht. Die sind jetzt diese schicken, modernen, jungen Marken. Was rauchen denn junge Menschen heutzutage? Lucky Strike. Lucky Strike. Marlboro, Campbell. Ja, das sagen wir mit allem medizinischen Vorbehalt. Oh ja. Weil Rauchen natürlich sehr gefährlich ist und Zigarettenwerbung im Fernsehen ist verboten. Aber wir rauchen auch natürlich. Aber wir sagen, es ist sehr, 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 sehr gefährlich. So, raus aus Attika. Das gilt jetzt hier nicht. Das kommt erst für Nacht. Sie sehen es nicht so. Er geht raus nach Attika und er geht hinüber nach Treusen. Heißt der Ort so? Treusen. Treusen. Nach Treusendorf. Nach Treusen. Und dort trifft er die Königstochter Aitra. Mit ihr zeugt er, wie es die griechische Mythologie will, einen Sohn. Und dieser Sohn ist der berühmte Theseus. Das ist der kleine Theseus. Bei den Griechen war es, wenn der Sohn gezeugt ist, reißt der Vater wieder ab. Er geht zurück zu seiner Frau. Sie schläft noch immer und hat nicht mal was gemerkt. Aber viele Jahre später wird der König auf dem Marktplatz schreien, ich schäme mich, es tut mir leid, wir haben uns ausgesprochen. So. Theseus wächst heran, er wird immer größer und er war von frühester Jugend an ein Fan von Herkules. Er hat sich diese ganzen Filme, die damals in Stein gehauen waren, die Bilder wurden von Sklaven ganz schnell vorbeigetragen. Das war der Film in Griechenland. 40.000 Bilder auf Steinen pro Minute von Sklaven vorbeigetragen. Er wurde immer größer und größer, denn er schlief natürlich mit seiner Mutter. Auch das ist Pflicht in Griechenland. Wollte sich später die Augen ausstechen, hatte aber keinen Gürtel. Denn der Gürtel würde erst um 92 vor Christus erfunden. Eines Tages sagte er, ich bin jetzt alt genug, ich möchte meinen Vater kennenlernen. Seine Mutter sagte, ich auch. Und er zog los. Jetzt ist das Tolle an diesem Theseus, an diesem Theseus, wie wir im altgriechischen Gymnasium gesagt haben. Theseurys hätte sich den leichten Weg raussuchen können. Einfach taram, 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 nach Attica, Tagchen, Zigaretten raus und Hallo Pappen. Nein, er wollte reifen im Kampf, wie das früher auch deutsche junge Männer gemacht haben. Aber er traf als erstes nicht etwa irgendwelche Nachbarvölker, nein, er traf Feier. Ist das richtig? Das ist Feier. Feier, ja. Feier. Feier war ein böses, ein böses Kampfschwein, kann man sagen. Es war ein böses Kampfschwein und Theseus nahm den Kampf mit Feier auf. Er zog sich nach Sicherheitsvorschriften die Arbeitshandschuhe an, nahm einen TÜV-geprüften Arbeitsheimer und sagte, adios du Sau. Da staunte er nicht schlecht, als er sah, was Feier das Schwein schon alles gefressen hatte. Ritter, Kämpfer, Waffen und so weiter. Er ging weiter und traf einen großartigen Sprichworte-Erfinder, den ich bisher nicht kannte, Pro-Pro-Pro-Pro-Krustes. Hieß er so? Pro-Krustes, ja. Pro-Krustes. Er hatte Pro-Kura bei einer Bettenfirma und daher kommt auch der Satz, das pro-Krustische Bett. Das war im Grunde so. Pro-Krustes lockte Leute zu sich nach Hause. Er sagte, ey, willst du bei mir schlafen? Dann, wenn die Leute sehr groß waren, sagte er, hier kannst du pennen. Ey, das Bett ist für dich zu klein. Sägt er die Menschen auseinander. Blutiges Gemetzel, das können Sie hier ganz deutlich sehen. Waren Menschen sehr klein, sagte er, leg die doch hier rein, Helmut. Und dann war das Bett, das Bett, das Bett war so groß, dass Pro-Kruste sagte, ich muss die mal auf die Streckbank nehmen. Das hat er auch mit T-Säus versucht, aber T-Säus hat ihm einfach den Oberkörper abgerissen und damit hatte ich es sich und 20 Jahre später wurde Ikea erfunden. So, dann ging es weiter, dann ging es weiter und er erreichte jetzt überraschend schnell Athen. Sie werden sich wundern, warum hat er gemerkt, dass er in Athen ist? An diesen Menschen hier, denn Sie alle tragen Eulen nach Athen. So erfahren Sie heute, wo die ganzen Sprichworte herkommen. In Athen wurde gerade von mehreren Diktatoren gleichzeitig die Demokratie erfunden. Das heißt, das Volk stimmte ab und jeder machte dann, was er wollte. Und es gab das berühmte, das können Sie jetzt mal mitschreiben für Herrn Jauch, das berühmte Scherbengericht. Das hieß, wenn man einen Politiker nicht so gut fand, leistungsmäßig, schrieb man seinen Namen auf eine Scherbe und warf ihn in den Garten. Und wenn da mehrere Scherben zusammenkamen, dann hieß es einfach, das war es für dich und dann musste er irgendwie einen Becher Ex trinken. Ne, 10 Jahre ins Exil. 10 Jahre ins Exil. Das war grausam damals. Er lernte also seinen Vater kennen. Weiß man darüber genau, was es kam irgendwie, er sagte, tut mir leid und damals ich musste weg und... Na, die waren prima drauf. Die haben Sie eigentlich super gut verstanden, denn die erste Frau war mittlerweile tot. Und jetzt war folgendes. Theseus musste im Auftrag seines Vaters nach Kreta, um den Satz zu überprüfen, ein Kreta sagt, alle Kreta lügen. Aber noch wichtiger war ein Grund, der vielen bisher völlig unbekannt war, nämlich König Minos von Kreta forderte alle 9 Jahre Tribut. Und zwar, und zwar folgendes, es mussten ihm alle 9 Jahre 7 Jungfrauen und 7 Jünglinge geopfert wurden, dem bösen Wesen Minotaurus. Theseus sagte, da mache ich jetzt Schluss, ich fahre mit nach Kreta, ich werde das Wesen erledigen und Sie sehen das schwarze Segel. Er hat zu seinem Vater gesagt, wenn ich es schaffe, den Minotaurus zu erledigen, dann komme ich mit einem weißen Segel zurück. Das ist ganz wichtig, dass Sie sich merken, Minotaurus tot, weißes Segel, Theseus tot, schwarzes Segel. Sehr wichtig für den Verlauf der Geschichte und er segelte los. Er erreichte sein Ziel, denn damals gab es auf griechischen Schiffen noch kein Fernsehen und kein Alkohol für den Kapitän und wenig später erreichte er Kreta. Das war sozusagen die kretische Hafenkneipe beim Dionysos und am Hafen in Piraeus in Kreta. Das ist nicht Piraeus, aber fünf Lieder. Wer gesungen? Keine Ahnung. Milian Mercuri. Liebe die Schiffe und der Heinschiffe kommen, sie gehen auf und ab. Das war Passive. Heißt sie so? Passive E. Passive, was sind das denn für Namen? Passive E. Das war Passive E. Passive E hatte auch ein Problem. Und zwar, sie liebte einen weißen Stier. Klingt wie Axel Schulz, war aber ein Tier. Und zwar folgendes. Und ich weiß, dass uns heute bei diesem Thema viele Lehrerinnen zuschauen. Passive E. Passive E. Passive E. Wollte von einem weißen Stier schwanger werden, aber der weiße Stier wollte nichts von ihr wissen. Da rief sie Daedalus, den berühmtesten Erfinder der Antike, mit seinem Sohn. Wie hieß der Sohn? Icarus. Wie das endete, ist auch bekannt. Und der erfand ihr einen hölzernen Stier, der ausgehöhlt war. Und man glaubt es nicht, diese geilen Kreterinnen. Sie legte sich in den Stier rein. Müh. Und kurz darauf Minotaurus. Das war der kleine Minotaurus. Er war so hässlich, dass man ihn sofort in ein Labyrinth gab, das auch Daedalus erfinden musste. Und das ist das ganz Wichtige, das muss er auch wissen. Der Unterschied zwischen einem Irrgarten und einem Labyrinth. Im Irrgarten gibt es viele falsche Wege. Blinde Ausgänge und so weiter. In einem Labyrinth gibt es überhaupt keine Ausgänge. Da ist Feierabend. Wenn Sie da mal drin sind und da erfand Daedalus dieses Labyrinth. Labyrinth. Theseus ging also in dieses Labyrinth rein, war aber schlau genug, um zu wissen, da komme ich ja nie mehr raus. Da kam Ariadne von Naxos rüber. Ist das richtig? Ja, ja. Gut, okay, da haben wir jetzt nicht die Zeit. Und sie gab ihm den Faden der Ariadne. Das ist das ganz Wichtige. Daher kommt auch der Begriff Leitfaden. Weil dieser Faden hat die Leit wieder aus dem Labyrinth rausgeholt. Theseus ging also rein, er sah hier, schauen Sie, Skelette. Menschen, die nicht mehr aus dem Labyrinth herausgefunden hatten. Und aus Gründen des Realismus, schauen Sie, was er hier fand. Das waren alles Dinge, die nicht mehr herausgefunden haben. Aus Gründen des Realismus muss ich jetzt dieses ganze Labyrinth abgehen. Sondern sagen Sie, Moment mal, ich habe die Geschichte nicht begriffen mit diesem Labyrinth. Ah! Das hat das Skelett. Und dann kam er hier und da entlang. Und da war Grafitos, der erste Sprayer. Und dann ging er hier nochmal rum, unter dem Faden durch. Das konnte er sich ja merken. Ja, hier nochmal unter dem Faden durch, hier rüber. Und hier stand er vor dem Minotaurus. Ein riesiges Ungeheuer, da kann man schon mal Angst kriegen. Und jetzt passiert Folgendes. Er kämpft mit dem Minotaurus. Schob von hinten vorsichtig die Spritze rein. Riss ihm den Kopf ab. Und es passierte... Anhand des Fadens, das kürze ich jetzt ab, fand er wieder aus dem Labyrinthaus. Sah Ariadne. Sie liebten sich im Blut des Stieres. Sie wälzten sich. Der Stier kam auch nochmal mit dazu. Saute sich total ein. Und plötzlich kam mit den Worten, gibt's hier was zu trinken? Dionysos, der Gott des Rausches. Er entführte Ariadne. Das können wir uns jetzt denken. Ach nee, das war Ariadne. Theseus sprang, blutverschmiert, auf das Schiff. Und er war so im Blutrausch, dass er vergessen hat, das Segel zu wechseln. Sie erinnern sich, ich hab's ihm vorhin gesagt. Er fuhr zurück. Sein Vater, Aegeus, sah das Schiff, sah das schwarze Segel, sagte, nein, die Schande überlebe ich nicht, sprang von einem Felsen ins Wasser und seine letzten Worte waren, ich taufe dich auf den Namen Aegeus. Der Hammer. Naja, das zeigen wir Ihnen morgen. Das ist die aktuelle Platte, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Meret Becker. Wow, vielen Dank. Das ist aber nett. Tschüss, nimm Platz. Dankeschön. Du hast dir ein Getränk mitgebracht. Ja, ich wollte mich nicht waschen, deswegen. Ja, das ist aber nicht, ich hab nicht die Fingersäule, das Wasser überhaupt wegstellen? Wie spricht man die Platte aus? Fragil? Also ich sag Fragil, man kann aber auch Fragiles dazu sagen, auf Deutsch oder auch Fragiles. Das klingt ein bisschen... Aber Fragil ist natürlich eigentlich korrekt, weil es hat ja so einen Frankreichbezug. Es ist, ich bin ja sehr Frankophil und... Und wie war das, du bist in Paris aufgetreten? Ja, letztes Jahr im Theater Odeon, L'Odeon heißt es auf Französisch, also Odeon Theater auf Deutsch. Und da bin ich in Paris aufgetreten und es war ausverkauft. Da waren lauter Franzotten drin, ja nicht so viele Deutsche. Das muss man mal ganz klar sagen, ja, die Pariser nehmen eigentlich nichts wahr, was davon auskommt, weil die Stadt so viel zu bieten hat und so. Und es war ausverkauft und die Leute haben gejubelt. Ja. Was hast du da gesungen? Die letzte Platte, die ich gemacht habe, hieß Nachtmahl und die habe ich da präsentiert. Und am Anfang waren sie sich nicht so ganz sicher, weil das sind sehr dunkle Geschichten, ob der Deutsche auch Humor hat oder ob das jetzt ernst gemeint ist. Und dann haben sie aber irgendwann doch erstaunt festgestellt, dass wir Humor haben. Und haben gejubelt. Und haben gejubelt. Das ist eine tolle Sache. In Paris, ja wirklich. Begeistert? Warst du überrascht? Ja, angenehm. Ja, wie haben sie dich hinterher noch angesprochen dann? Wir sind dann ins Foyer gegangen und dann wurde nochmal so applaudiert und dann sind wir auf eine Party gegangen und man wurde bestaunt wie so ein exotisches kleines Wundertier. Und das war sehr schön. Ja, das genießt man dann, oder? Ja, sehr. Was ist das für Musik hier? Das ist, ach, das soll man sich anhören, das kann ich jetzt glaube ich nicht erklären. Aber wenn ich jetzt Geschäfte sage, sind das Chansons? Ich würde sagen, es sind Chansons, weil ich denke immer, wenn ich eine Platte mache, in so einem ganzen Bogen. Also ich mache dann immer so ein ganzes Programm und dann, und dann, und da sind so Anekdoten drin, so eine Geschichte, eine Rahmenhandlung und darin eingefügt sind Liebeslieder. Eigentlich fast nur Liebeslieder. Mit eigenen Texten? Mit eigenen Texten und zum Großteil eigene Musik oder von uns dreien. Ulrike Hage bei Die Sache haben mitgemacht, sind wunderbare Musiker und wir haben das zu dritt dann weiterentwickelt. Und du schmuggelst die ganze Zeit auf meinen Arm. Ja, ich muss nur kurz fragen, ist das neu das Tattoo oder hattest du das letzte Mal auch schon? Ne, das hatte ich das letzte Mal auch schon, das hatte ich schon beim ersten Mal, als ich hier war und ich hab dich mal tätowiert deswegen. Ja genau, ich überlege. Ich hab aber fehlgeschlagen, weil das war so ein Alkoholtattoo und der ganze Alkohol ist in den Scheinwerb, weil ich dann verdampft und verdunstet. Und das ist aber ein echtes. Das ist ein echtes. Richtig, du würdest, das war jetzt, du würdest nie eins. Ich hab aber noch eins. Wirklich? Hast du das damals auch schon? Mhm. Hast du das schon angedeutet damals, dass du es hast? Ne. Damals. Wo denn? Das weiß ich jetzt nicht. Am Knöchel? Nein. Höher? An einem anderen Knöchel. Es gibt, naja, Knöchel nicht. Ja wo denn? Knöchel? Was ist das denn? Über ein Knöchel nicht zaubern kann. Ist es mehr ein Bein? Was ich da habe? Nein, wurde tätowiert, das ist zum Beispiel ein Schambein oder so. Ein Kreuzbein. Es ist ein Knochen, das ist da so in dem Bereich. Hier ungefähr. Gut, das ist natürlich Diskussion, das zeigen wir dann. Das war damals von einer. Bitte? Von einer anderen. Wenn du dann eine andere Sendung fährst oder wie. Ja. Was ist das für eine? Das ist von einer Band, die ist aber inzwischen pleite gegangen und die haben damals gesagt, wenn ich das mache, dann bin ich altersversorgt und das ist aber. Wie das heißt, das Ding? Da war ich 18, da war ich noch naiv. Heißt das, die ganze Band hat dich tätowiert oder was? Was heißt das, das ist für eine Band? Das war das Bandzeichen. Ach so. Verstehe. Und die Band gibt es nicht mehr. Ja, schade. Aber das Tattoo gibt es immer. Ja gut, das ist ja auch was, oder? Was ist das für eine Rolle, die du spielst in diesem Film 0 Uhr 12? Das ist ein Film von Bernd Michael Lade. Ist das hier der Schauspieler, auch aus dem Tatort? Genau. Der hat toll. Karl Niggels, der ist ganz toll. Ja, Karl Niggels, genau. Genau, Karl Niggels von Book, der Film. Da hat er mit Karriere gemacht und jetzt macht er Tatort und macht eben selber auch Regie. Und der hat heute am 6. Dezember, also Nikolaus Premiere, und ist ein wunderschöner Film geworden. Ist so eine Gangstergeschichte, aber so ein bisschen anders. Und handelt eigentlich von sechs Personen, also sehr liebevoll beobachtet, so Normalverbraucher, die so an den Rand ihres Daseins kommen und dann irgendwie ausflippen, so wie sie es eigentlich schon lange hätten tun sollen. Und bist du auch eine Gangsterin? Das sage ich jetzt nicht. Ach, das fühlte zu viel verraten. Aber ich flippe auch aus. Du flippst auch aus? Ja. Wir zeigen mal einen Ausschnitt und schauen mal, ob das schon in einem Ausschnitt zu sehen ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht. 0 Uhr 12, Meret Becker. Da kann ja mir Angst werden. Du kannst kommen. Ja, ist das nur Rolle? Oder hast du auch so gewalttätige Züge in dir privat? Also eigentlich habe ich das, aber ich habe dann Angst vor mir selber, deswegen vermeide ich das eigentlich. Wirklich? Aber es ist schon... Wie äußert sich das privat, wenn du gewalttätig wirst? Es ist sehr, sehr... Ich versuche das wirklich mit Antassen oder dergleichen auszulassen, die dann an Wände fliegen. Aber es gibt so... Also ich habe schon so ein... Ich glaube, ich bin dann überdimensional stark. Also ich habe mal in einer Bar, irgendwie war ich sauer, irgendwie den Abend war ich aus. Und dann waren da zwei Jungs und die haben mich beobachtet. Die haben mich irgendwie erkannt oder was weiß ich und haben gelacht und so. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, guck, die gucken auch irgendwie... Und dann hat er gesagt zu denen, was guckt ihr so blöd, der guckt weg. Und dann haben die gesagt, nimm deinen Gorilla da weg. Und dann habe ich gedacht, die reden jetzt aber über meinen Mann. Ja. Und ja, und dann flog erst der Inhalt meines Getränks und dann habe ich gedacht, warum eigentlich nur der Inhalt? Und dann flog das Glas auch. Und dann, ehe ich mich versah, ich weiß nicht wie, stand ich vor diesem einen Menschen und habe den so ans Schienbein. Und dann hat der nur noch... Und ich habe immer gesagt, fick dich ins Knie und habe immer dagegen getreten. Und dann hat er gesagt, oh scheiße, scheiße, scheiße. Also die haben sich nicht mehr getraut, was zu machen eigentlich. Das würde man gar nicht denken von so einer zarten, sensiblen Person. Ja, ich war auch ganz angenehm überrascht. Und kam das dann auch mal häufiger vor? Bist du da auf den Geschmack gekommen? Bist du blutrünstig geworden? Blutgesauert, blutleckt. Es kam noch einmal vor, da bin ich bei Comedian Harmonists, bei der Premiere, sind wir am Zoopalast in Berlin, so schön über den roten Teppich. Und das war unsere Premiere und wir haben uns alle gefreut und tolle Arbeit und so. Und in schönen Abendkleidern und es ging da lang. Und dann kam ein Fotograf und der hat mich so vom Teppich gefegt, weil er Katja Riemann fotografieren wollte. Das verstehe ich, aber er hat mich so warm. Und dann dachte ich so, den ganzen Abend werde ich mich jetzt ärgern. Ich kenne mich, ich fress das in mich rein, bin dann traurig und der Abend ist versaut und so. Und dann habe ich gedacht, nee. Dann habe ich gebremst, bin umgedreht, mein Arm gleich hochgerafft, habe dem auch wieder ans Schienenbein. Ich weiß nicht, ich habe ein Faible dafür. Daraufhin drehte der sich um und wollte gerade so zuhauen. Und mein Mann wieder, so pock, so richtig auf die Zwölf und der ist nach hinten gekippt und wurde direkt von den Ordnern weggetragen. Das ist natürlich Gewalt, die ich ablehnen muss, aber verstehen kann ich es. Danke. Heike, Sikazun. Fragil heißt die Platte, Mere Becker. Der Film heißt 0.12 Uhr, meine Liebe. Bis zum nächsten Mal. Gruß zu Hause. Sabalot, es ging ja flirrt. Ja, das ist so, wenn es hin und her flirrt, weißt du. Und das nächste Mal nicht wieder drei Jahre warten lassen. Oh, ich komme gern. Ja, Mere Becker, meine Damen und Herren, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis morgen. Gute Nacht. Tschüss. Applaus Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017